Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der Bundesliga-Kaderanalyse für die Saison 2018-2019. Heute haben wir den FC Bayern München und das ist natürlich heute so gesehen schon die Vorentscheidung, wie es in die Saison geht bzw. wer denn im Endeffekt Meister wird, denn ich glaube auch dieses Jahr, das kann ich in meiner Form meiner Saisonprognose schon mal vorwegnehmen, gibt es keinen Verein, der Bayern das Wasser reichen kann. Aber ist Bayerns Kaderqualität denn trotzdem überhaupt so gut, wie sie geredet wird? Oder gibt es da Problematiken und können sie vor allem international was reißen? Damit beschäftigt sich heute diese Kaderanalyse des FC Bayern. Wie gesagt, nicht unbedingt Fokus darauf, können sie die Bundesliga gewinnen, das sollte relativ klar sein, weil dafür haben sie die Qualität, sondern so ein bisschen über den Tellerrand geschaut. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, checkt die Links in der Beschreibung vor allem zu OneFootball, euer App für die neuesten Live-Scores. Transfergerüchte und Kaderinformationen kostenlos aus dem App oder Play Store, euer Smart oder iPhone. Ist eine großartige Unterstützung für mich, ihr bekommt da alle Push-Benachrichtigungen zu euren Lieblingsteams, wenn ihr sie als Favoriten gesetzt habt. So viele ihr möchtet, alle Informationen und alles, was rund um den Fußball passiert, direkt auf euer Handy, was richtig, richtig cool ist. Zumal es halt eben nichts kostet und ihr mich damit unterstützen könnt, wenn ihr über den Link in der Videobeschreibung euch die App downloadet. Ich würde mich extrem darüber freuen. Wie gesagt, macht es auf jeden Fall, es lohnt sich. Und gerade was die Bayern angeht, kann man da natürlich auch in der Champions League mal gucken, wie denn die Gegner so aufgestellt sind und wie die Kader sich so strukturieren. So, wir kommen heute zum FC Bayern und wir haben einen neuen Trainer und um den geht es zuerst mal. Niko Kovac ist der neue Auserwählte beim Bayern und das ist natürlich eine Personalie, die definitiv diskutabel ist. Denn man hätte auch einen absoluten Top-Trainer verpflichten können, international gesehen, beispielsweise einen vom Kaliber Guardiola. Problematik ist, dass auf Heinkes einer folgen musste, der auf jeden Fall auch Zukunftsperspektive bietet. Und die Trainer, die es international auf dem Markt gibt, auch wenn er als Konto beispielsweise verfügbar ist, die sind nicht so super. Also zumindest nicht so super, was die lange Sicht angeht. Da ist ein Kovac, der relativ jung noch ist, deutlich besser. Natürlich wäre auch ein Nagelsmann schön gewesen, aber den hat sich ja Leipzig geschnappt. Dementsprechend musste man umdisponieren und dementsprechend passt Kovac schon ganz gut. Der hat in Frankfurt klasse Arbeit geleistet. Er und sein Bruder können sich super mit beide identifizieren, weil sie beide da gespielt haben. Das sieht alles auf dem Papier richtig gut aus. Also theoretisch glaube ich schon, dass Kovac mit dem Bayern einiges reißen kann. Allerdings ist das in der Bundesliga sowieso kein Problem und im Pokal eigentlich auch nicht. Aber in der Champions League, ich traue es ihm vom Spielstil und von dem, was er von Fußball versteht und seinem Fußballverständnis schon zu, dass Bayern da eine übergeordnete Rolle spielt und nicht nur eine untergeordnete. Ob das der Kader hergibt, beziehungsweise was da noch passieren muss, wir werden sehen und das kommt heute in der Analyse dran. Wir gucken dafür zunächst einmal auf die Transfers. Und da haben sich die Bayern bisher, naja, nicht zurückgehalten, aber es ist noch nicht so viel passiert. Wir haben die Abgänge jetzt zuletzt gerade erst von Arturo Vidal für 18 Millionen zum FC Barcelona. Wir haben Felix Götze, der geht zu Augsburg. Niklas Dorsch, der geht zu Heidenheim. Fabian Menko geht zu LASK nach Österreich. Und Tom Starke beendet seine Karriere. Das sind aber keine großen Namen. Also zumindest die Nachwuchsspieler nicht. Arturo Vidal dann schon eher. Und vor allem auch Douglas Costa, der geht für 40 Millionen nach der Laie zu Juventus Turin. Hat sich bei Turin richtig gemacht. Ist ein unglaublich starker Spieler geworden. Und da kann man sich so ein bisschen in den Arsch beißen, dass man den so früh aufgegeben hat. Denn sonst hätte man jetzt einen Ersatz für die alternden Robben und Ribéry. Es kommen Serge Gnabry, Renato Sanchez, Leon Goretzka. Und der einzige Spieler, für den die Bayern bisher Ablöse bezahlt haben, bei 48 Millionen, 58 Millionen Einnahmen. Alphonso Davies von den Vancouver Whitecaps. Zudem werde ich im Laufe des Videos noch ein bisschen mehr erzählen. Denn ich habe vielleicht ein bisschen besseren Einblick auf ihn als viele von euch. Denn ich verfolge die MLS und ich kenne Davies dementsprechend schon bevor ihn die Bayern verpflichten wollten und deswegen der Name in den Medien kursiert ist. Grundsätzlich ist das zu wenig. Kann ich jetzt schon mal sagen. Das ist nicht die Art von Transfer, die Bayern braucht. Aber wir kommen zur Kaderanalyse und wir kommen erstmal zum Tor. Im Tor haben wir, wie bei allen Bundesligisten, kein Problem. Wir haben Manuel Neuer, wir haben Sven Ulreich, wir haben Christian Früchtl. Früchtl natürlich Nummer 3, Ulreich Nummer 2, Neuer Nummer 1. Ulreich letzte Saison klasse gehalten in Abwesenheit von Manuel Neuer. Aber der Capitano ist wieder da, ist wieder fit. Hat bei der WM gezeigt, dass er nicht mehr auf dem Lied von vor zwei Jahren ist. Aber wird trotzdem Nummer 1 bleiben. Und ist weiterhin einer der besten, wenn nicht der beste Kieber der Bundesliga, muss man ja so sagen, mit seinen 32 Jahren. Mal sehen, wie er zurückkommen wird. Aber ich denke, ja, ist halt Neuer. Also der ist ja trotzdem Weltklasse so. Ist ja jetzt nicht so, dass er jetzt irgendwie schlecht wäre. Er ist halt nur nicht mehr die absolute Spitze der Welt. Er ist trotzdem noch Weltklasse. Von daher, ja, passt das. Torhüter Position bei Bayern sicherlich. Genauso bei allen allen Bundesligisten. Allen anderen. Aber gerade bei Bayern überhaupt kein Problem. Die Verteidigung. Da wird es ein bisschen kritischer. Denn nicht nur haben wir nur drei nominelle Innenverteidiger. Gut, mit Javi Martínez im Zentraldefensive Mittelfeld. Theoretisch 4. Aber das ist trotzdem ein bisschen dünne. Nein, auch möchte Jerome Boateng ja noch wechseln. Beziehungsweise es wird zumindest spekuliert, dass die Bayern ihn noch abgeben könnten. Beispielsweise an Manchester United. Und das wäre natürlich, ja, ein Schlag ins Gesicht auf jeden Fall. Natürlich muss man immer so ein bisschen damit rechnen. Wie sieht das Ganze aus? Wie wird das dann mit dem Ersatz laufen? Aber ganz ehrlich, Bayern gibt keine großen Summen aus. Bayern ist nicht dafür bereit, sich dem internationalen Markt anzupassen. Genauso wie die Bundesliga allgemein. Und horrende Summen. Beziehungsweise mittlerweile halt eben normale Summen für Spieler zu bezahlen. Also wen will Bayern holen? Welchen Innenverteidiger sollen die sich bitte denn aneignen? Es gibt keine wirklich guten auf dem Markt. Beziehungsweise wenn sie irgendjemanden holen möchten, dann wahrscheinlich aus der Premier League, weil der Transfermarkt schließt am 9. August. Und da müssen sie halt auch Geld investieren. Und das ist halt die Problematik. Das ist halt so das, wo ich sehe, hm, das könnte Bayern das Gemick brechen. Ja, also theoretisch haben sie eine Top-Innenverteidigung mit Hummels, Süle und Boateng. Und dazu halt eben noch Martinez, der das kann. Von mir aus kann auch Kimmich in der Dreierkette spielen. Alles kein Problem. Alaba kann Dreierkette spielen. Alles kein Problem. Aber es sind nur drei nominal Innenverteidiger. Zwei davon sind 29 Jahre alt. Es muss bei Bayern mal was passieren. Es muss mal ein Umbruch her. Es kann nicht sein, dass man immer nur mit auf die gleichen Spieler baut. Hummels und Boateng sind nicht Kielini, Basagli und Bonucci. So stark waren die auch noch nie. Individuell gesehen vielleicht ja, aber als Einheit sind die drei den Haus hoch überlegen. So, und da muss man dementsprechend eigentlich was tun. Die Innenverteidigung ist die beste der Bundesliga. Keine Frage, aber sie ist dünn. Sie ist dünn besetzt. Gerade weil Boateng verletzungsanfällig ist. Wenn da was passiert, dann holler die Waldfee. Aber grundsätzlich natürlich überragend. Außenverteidigung, Alaba, Bernhard, Kimmich, Rafinha. Beide Top-Außenverteidiger mit Alaba und Kimmich. Mit guten Ersatzspielern, mit Bernhard und Rafinha. Theoretisch will Bernhard ja auch noch weg. Beziehungsweise wird darüber geredet, ob Bernhard verkauft wird. Aber ja, das ist alles super. Also momentan ist die Situation bei den Bayern klasse. Nichtsdestotrotz sage ich, es muss ein weiterer Spieler her, ein weiterer Innenverteidiger und vor allem einer von Weltniveau oder Weltklasse Format. Weil das reicht halt einfach nicht. Martinez in Ehren, wie gesagt, er kann das auch, aber der ist auch schon 29. Es muss irgendwas passieren. Es kann nicht sein, dass Bayern verältet. Das reicht für die Bundesliga, aber international nicht. Und international dürfen wir uns nicht abhängen lassen von den anderen Ligen. Nicht noch mehr als sowieso schon, was eh schon passiert ist. Von daher bitte irgendwas machen. Wir kommen zum Mittelfeld. Da haben wir natürlich halt eben die gerade genannte Personalie, Javi Martinez. Aber wir haben auch Thiago Alcantara, Franck Ribéry, Arjen Robb. Aber das sind eher Außenspieler. Wir bleiben erstmal im Zentrum. Thiago, Sebastian Rudi, Javi Martinez, Leon Goretzka, James Rodriguez, Correnton, Tolisso und Renato Sanchez. Wir haben ein Überangebot an guten Mittelfeldspielern, weswegen ich denke, dass Martinez auch eher für die Innenverteidigung eingeplant ist. Aber halt auch dann ist der 29. Dann bleibt immer noch das Altersproblem. Nichtsdestotrotz im Mittelfeld sieht das ja sehr gut aus. Angenommen, dass Thiago bleibt. Thiago ist ja immer mal wieder mit Gerüchten konfrontiert, dass er wechseln könnte, sollte, dürfte, müsste. Aber selbst wenn er gehen sollte, hätte man immer noch Goretzka, immer noch Tolisso, immer noch Rudi, immer noch Sanchez. Das ist zumindest solide. Es ist nicht mehr Weltklasse, weil Thiago halt schon nochmal einen Unterschied macht. Aber Tolisso hat sich gut entwickelt im ersten Jahr. Goretzka hat eine Menge Potenzial. Renato Sanchez kann theoretisch auch. Hat sich jetzt in der Vorbereitung bewiesen, wenn er auf das Level kommt, was er bei Portugal und bei Benfica schon mal gezeigt hat. Dann ist das auf jeden Fall ordentlich. Und Rudi ist ein klasse Backup, der auch mittlerweile natürlich das alte Errett, dass er nicht mehr Weltklasse werden wird. Aber der zumindest aushelfen kann und dessen Niveau gut genug ist. Dazu, James Rodriguez, theoretisch könnte man den auf Acht stellen, wenn man ein System spielt, was halt eben passt, wo er halt eben den offensiveren Part mit einem Sechser gibt. Das ginge also alles. Von daher haben wir da keine großen Problematiken. Aber wenn Thiago geht, muss man sich Gedanken machen, ob das denn wirklich reicht. Theoretisch reicht es schon. Theoretisch hat man genug Potenzial und Personal. Aber naja, es ist halt die Frage. Es kommt halt wirklich darauf an. Thiago und Boateng sind noch die größten Wechselkandidaten. Und das muss man halt eben einfach bedenken, wenn man über die Bayern redet. James Rodriguez, Zentraloffensiv, einer der besten Zehner der Welt. Damit haben sie einen super Transfer gemacht. Auch wenn er ja mittlerweile zu Real zurück will, was ja auch so ein bisschen lustig ist und ein bisschen dafür spricht, dass Bayern halt eben nicht mehr der große Verein ist. Jetzt, wo Vidal weg ist, sieht man das auch. Vidal hat ja auch gesagt, dass Barcelona nochmal eine Nummer größer ist als Bayern. Ja, das ist halt eben der Lauf der Dinge. Das nervt mich halt auch so. Weil Bayern hat theoretisches Potenzial, so groß zu sein. Bayern hat das Potenzial, so viel Macht auszuüben. Nicht nur in der Bundesliga, sondern auch international. Aber sie weigern sich, die Summen zu bezahlen. Und bauen darauf, irgendwelche Spieler zu entwickeln, wie Tolisso, wie Goretzka, die nicht schlecht sind, aber die erst Weltklasse werden müssen. Und das macht halt einfach die Bundesliga nicht kaputt. Also die Bundesliga macht es nicht kaputt, aber es ist auf jeden Fall hinderlich. Einfach weil, ja, du kommst damit auf keinen grünen Zweig international. Das hat man ja gesehen. Bayern hat international keine Chance. Gegen Barcelona, gegen PSG, gegen Juventus, gegen Real, gegen von mir aus auch solche Vereine wie City. Das wird in den nächsten Jahren nichts, wenn man da nicht was umändert. Und deswegen bin ich da kritisch. Aber für die Bundesliga reicht es natürlich. Für die Champions League, gerade wenn Thiago geht, sehe ich das kritisch. Aber wir kommen mal zu den Außenbahnen. Und da haben wir natürlich noch eine Menge Potenzial, beziehungsweise eine Menge Personal. Ribéry und Robben, sage ich gleich was zu. Gnabry, Coman und dann natürlich nicht zu vergessen, der ist hier gar nicht aufgeführt in der App, Alphonso Davies. Der Kollege ist nämlich definitiv beachtenswert. Denn, nicht nur, dass der... Warum steht der eigentlich nirgendwo? Warum ist der nirgendwo aufgeführt? Weil er erst zum Winter kommt. Seht ihr mal. Das ist auf jeden Fall eine interessante Information, die ich hätte bedenken müssen. Zum 1.1. kommt er. Aber egal, über den reden wir gleich auch nochmal. Wir haben da außen zwei geniale Spieler. Zwei richtig gute, mit einer Menge Tempo, mit einer Menge Abschlussstärke und mit einer Menge Bock. Und dazu haben wir die Rentner Ribéry und Robben. Nicht, dass ihr mich jetzt falsch versteht. Ribéry und Robben sind Weltklasse-Spieler gewesen. Aber, die sind über ihren Zenit. Klar können nochmal ein, zwei Spieler auf Weltklasse-Niveau spielen. Und auch gerade ein Robben ist halt immer noch unglaublich stark. Aber, warum verlängert man den Vertrag mit beiden? Und baut nicht da wenigstens komplett auf Spieler, denen die Zukunft noch gehört. Man hätte da theoretisch so viel machen können. Natürlich hat man jetzt ein Gnabry und man hat einen Kummer. Die sind beide 23 und 22, also im super Fußballer-Alter. Aber man muss doch mal ein bisschen, also realistisch denken. Reichen Gnabry und Coman denn wirklich, wenn Ribéry und Robben wie so oft sich verletzen? Nein, in meinen Augen nicht. Eigentlich hätte da noch ein Außenspieler hergemusst. Jetzt ist es zu spät. Jetzt sind Ribéry und Robben's Verträge verlängert. Dementsprechend hat man da jetzt nicht mehr wirklich viel Handlungspotenzial. Aber da hätte man in meinen Augen was machen müssen. Und nicht Pulisic, an dem sie ja zwischenzeitlich mal interessiert, Schienen. Ja, nix Pulisic. Man braucht einen internationalen Spieler von mir aus, weil in der Bundesliga gibt es das nie, wo ich von mir aus. Rebic, Rebic ist ein gutes Beispiel. Rebic wäre klar aus der Bundesliga, aber das wäre nochmal ein Bundesliga-Beispiel, was auch funktionieren würde. Ja, weil der halt eben genau in diesem Alter ist, was man braucht und auch schon die Erfahrung hat in der Bundesliga. Und sonst halt eben Spieler, der nicht nur ein Talent ist wie Davies, sondern der Erfahrung hat in den internationalen Top-Ligen. Von mir aus sowas wie ein Bernadeschki. Von mir aus sowas wie ein Carrasco, den aus China zurückholen irgendwie. Was weiß ich. Man kann sich bestimmt was einfallen lassen. Aber ich finde, dass das, was momentan da ist mit Ribéry und Robben, einfach nicht genügt, um irgendwie international wirklich das Potenzial auszuschöpfen, was der Verein hat. Und das finde ich schade. Das finde ich wirklich schade. Und das wird halt eben auch in den nächsten Jahren in Deutschland das Genick brechen, wenn es denn so weitergeht. Aber gut. Zu Davies nochmal ganz kurz sei gesagt, ja, großes Talent. Ja, definitiv. In der MLS zerstört er alles. Aber die MLS ist defensiv auf dem Niveau der Regionalliga. Offensiv ist das super. Die haben klasse Spieler. Die haben Ibra, die haben Jovinko. Die haben wirklich gute Spieler da vorne. Aber sie haben defensiv alte Spieler. Und vor allem ein Niveau, das wirklich Regionalliga höchstens ist. Und dementsprechend kann man das auch nicht zu hoch hängen, wenn ein 16-Jähriger die halbe Liga totdribbelt. Einfach, weil er schnell ist. Die sind halt einfach langsam. Wirklich. Die sind langsam. Reaktionslangsam auch noch. So, natürlich ist der nicht schlecht. Natürlich hat er eine Menge Potenzial. Natürlich muss man sich auch Talente sichern, wenn man für die Zukunft gewappnet sein will. Aber 10 Millionen für den. Wenigstens kommt er nicht direkt, sondern spielt die Saison zu Ende. Aber ich bin gespannt, ob der es in der Bundesliga schaffen wird. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, der muss erst mal verliehen werden in der 2. Liga oder so. Aber naja. Andere Geschichte. Wir kommen zum Sturm. Und im Sturm haben wir da wiederum eine sehr, sehr ordentliche Personalabteilung. Müller, Lewandowski, Wagner. Ich denke mal, da muss man nicht viel zu sagen. Der beste Sturm der Bundesliga. Wagner weiß, wo das Tor steht. Wagner ist ein eiskalter Strafraumsturm mit Kopfballqualität, Physis und allem, was man braucht. Müller ist der unkonventionellste Spieler der Fußball-Bundesliga-Geschichte. Aber halt auch absolut auf Top-Niveau. Der ist mittlerweile auch schon 28. Aber der hat auf jeden Fall die Qualitäten, die man braucht, um in der Bundesliga Tore zu schießen. Das hat er mehrfach gezeigt. Auch wenn es die letzten beiden Jahre ein bisschen weniger wurde. Aber er kann es. Er ist eine Waffe. Und Lewandowski, auch wenn er in meinen Augen überbewertet ist und ich ihn nicht sonderlich mag, ist auch ein guter. Ist auch ein sehr, sehr... Ist ein Weltklasse-Stürmer. Und wird seine Buden machen. Auch wenn er keinen Bock hat. Im November macht sie Wagner. Das passt alles. Also da haben sie keine Problematiken. Ob es international reicht? Naja. Ne. Eigentlich nicht. Weil da muss halt das ganze Team funktionieren. Und da sehe ich Bayern halt im internationalen Vergleich nicht stark genug. Und Müller und Lewandowski in Ehren. Aber Lewandowski baut konstant ab die letzten Jahre, was seine Qualität angeht. In meinen Augen zumindest. Deswegen will den auch keiner mehr haben. Hat er bei WM auch wieder gezeigt. Bei Bayern kann jeder Tore schießen. Das sieht man an Wagner. Und Müller. Klar hat Lewandowski eine besondere Qualität und ein besonderes Selbstbewusstsein. Aber trotzdem. Und Müller. Ja. Klar. Aber baut auch ab in den letzten Jahren. Immer noch einer meiner Lieblingsspieler. Aber muss man halt bedenken. Und auch im Sturm sieht man wieder das gleiche Problem bei Bayern. Bayern ist zu alt. 4 und 3. Quatsch. 29, 30 und 29 im September. Ja. Lewandowski wird noch 30 dieses Jahr. Und Wagner wird noch 31. Das ist zu alt. Das ist einfach schlicht und ergreifend zu alt. Ich weiß nicht, was Bayern da macht. Ich mache mir wirklich Sorgen langsam. Gerade wenn ich das hier wirklich so schwarz auf weiß sehe. Das ist. Das kann man eigentlich nicht machen. Aber ja. Für die Bundesliga wird reichen. Das ist der Kader der Bayern. In meinen Augen muss da was passieren, was Verjüngung angeht. Was ja. Einen Wechsel zur neuen Generation angeht. Zur jetzt 26, 25-jährigen Spielergeneration. Natürlich kann man auch die Spieler aufbauen. Und in zwei Jahren, wenn dann Lewandowski und Co. in Rente gehen. Beziehungsweise nicht mehr auf dem Level sind. Sind solche Leute wie Goretzka. Sind solche Leute wie Gnabry und so richtig da. Aber diese zwei Jahre werden sie international gar nichts reißen. Und die Bundesliga wird zurückfallen. Und das wird der Bundesliga schaden. Und das ist in meinen Augen das Problem. Weil ein richtiger Umbruch ist nicht zu sehen. Und naja. Der einzige im wirklich guten Fußballeralter. Im besten Fußballeralter, den sie im Kader haben. Beziehungsweise die einzigen beiden sind Thiago und Rames. Und das ist beunruhigend. Also diesen 26, 27, 28 ist für mich das beste Fußballeralter. Eigentlich 26, 27, ja. Und da ist Alaba auch noch mit drin. Okay. Aber ja. Das ist in meinen Augen beunruhigend. Wie seht ihr das? Schreibt es mir in die Kommentare. Das war es von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Ich wünsche euch bis dahin einen wunderschönen Tag. Passt dabei auf. Bis dann. Macht's gut und rein. Und ciao. Bis dann.